Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast vom Standard. In der SPÖ kracht es wieder. Nach dem historisch schlechten dritten Platz bei der Nationalratswahl steht neuerlich Parteichef Andreas Babler in der Kritik. Nicht nur das, jetzt will ein neuer Anwärter Babler sogar vom Thron stoßen. Und das passiert alles ausgerechnet in einer Zeit, in der die Sozialdemokraten in Koalitionsverhandlungen treten wollen. Wir sprechen heute darüber, wieso wieder ein Führungsstreit in der SPÖ ausgebrochen ist und welche Folgen er noch haben könnte. Petra Stuyber, du bist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard und du hast die Ereignisse der vergangenen Tage verfolgt. Wie kommt es denn zu diesem neuen Führungsstreit in der SPÖ? Nun, da gibt es diesen PR-Berater Rudi Fussi, der allen sehr gut bekannt ist, weil er immer wieder in der Öffentlichkeit auftritt und weil er eine sehr amüsante und originelle Persönlichkeit ist. Und Rudi Fussi hat zunächst einmal Andreas Babler unterstützt gegen Pamela Rendi-Wagner. Dann ist er ins Toskuzi-Lager gewechselt. Als dann allerdings Babler Parteichef geworden ist, hat er sich loyal und ruhig ihm gegenüber verhalten. Mit Fortschreiten des Wahlkampfs ist er allerdings immer unrunder geworden und hat dann auch schon über X, das ist seine Lieblingskommunikationsplattform, immer wieder einmal seine Meinung kundgetan, dass ihm dieser Wahlkampf zu eng sei. Man konnte herauslesen, dass es ihm nicht gefällt, wie hier Wahl gekämpft wird und mit welchen Themen. Und als der Wahlabend da war und das Ergebnis über die Bildschirme des Landes geflimmert ist, hat Rudi Fussi getwittert, so viel können wir festhalten, das Experiment Sekte ist gescheitert. Sekte, weil Andreas Babler die SPÖ eine Sekte geführt hat? Das war offensichtlich seine Meinung. Was er damit ausdrücken wollte, ist, dass es zu eng geführt war, dass er sich vielleicht von zu eng um ihn herum gruppierten Menschen beraten hat lassen, dass er sich vielleicht besser hätte öffnen sollen und dass er vielleicht mehr in die Mitte gehen hätte sollen. Das war eine Kritik, mit der er nicht alleine dagestanden ist. Auch der ehemalige Kommunikationschef der SPÖ, Josef Kalliner, der nun auch ein selbstständiger Unternehmer mit einer Beratungsagentur ist, hat ganz Ähnliches gesagt. Hat gesagt, die SPÖ hat Wahlen immer in der Mitte gewonnen und dieser Wahlkampf war zu links und er war zu eng und er war von den Themen her zu spitz. Also Rudi Fussi war damit nicht alleine, aber Rudi Fussi, der, wie ich schon erwähnt habe, eine originelle und sehr spontane Persönlichkeit ist, hat sich entschlossen, er macht jetzt Nägel mit Köpfen. Er will offensichtlich nicht haben, dass Andreas Babler weiterhin SPÖ-Chef bleibt und deshalb will er jetzt gegen ihn kandidieren. Das ist kein leichtes Unterfangen. Ist dieser Rudi Fussi, der anscheinend sehr oft seine Meinung geändert hat in den letzten Jahren, jemand, der Babler tatsächlich den Rang ablaufen könnte? Ist das ein möglicher neuer Parteichef oder was möchte er da wirklich bewirken? Also ich habe ein bisschen herumtelefoniert in der Sozialdemokratischen Partei und ich kann sagen, alle Seiten, mit denen ich gesprochen habe, die finden ihn recht lustig und amüsant. Aber niemand würde ihm jetzt die SPÖ, diese alte sozialdemokratische Partei mit dieser großen Tradition anvertrauen. Fussi ist ein gescheiter Mensch, der spricht schon oft die richtigen Themen an und legt den Finger in die Wunden, die die SPÖ besonders schmerzen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass er seine Stimme erhebt, aber er hätte, glaube ich, nicht die Möglichkeit, gegen Babler zu reüssieren. Vor allem, weil sich jetzt offiziell doch alle in der Partei hinter dem Parteichef versammeln, weil es ein gemeinsames Ziel gibt. Und das ist so zu verhandeln, dass man hoffentlich tunlichst in die nächste Regierung kommt. Du hast diese offenen Wunden in der SPÖ erwähnt. Welche sind das und was würde denn Rudi Fussi vorschlagen, was man besser machen könnte in der SPÖ? Naja, Rudi Fussi spricht zum Beispiel ganz offen an, dass es halt schwierig ist, dass sich die SPÖ in Wirklichkeit in der sogenannten Ausländerthematik nicht entscheidet. Also da gibt es eben den Kurs Doskozil und dann gibt es das offizielle Papier und dann gibt es Babler, der auf der anderen Seite steht. Er sagt, das ist eines der großen Probleme und hier müsste man auf viel radikalere Art und Weise fast auch ein bisschen in Richtung FPÖ gehen, in einen strengeren Ausländerkurs und Migrationskurs. Das war dann auch der Grund, warum er Doskozil unterstützt hat, weil er gefunden hat, dass der da eigentlich auch breitere Bevölkerungsschichten anspricht. Das sind so Themen, wo schon was Wahres dran ist. Wie umgehen mit Asylwerbern, die zu uns kommen, wie es regeln auf europäischer Ebene, welche Position soll man da einnehmen in Sachen Verteilung von Flüchtlingen und so weiter. Das sind so Details, mit denen sich die SPÖ lieber nicht beschäftigt. Es gibt auch natürlich in den großen Ballungsräumen große Integrationsprobleme. Also man bemüht sich sehr, denke ich, zum Beispiel in Wien, aber wir wissen es aus den vergangenen Monaten, dass da immer wieder auch zum Teil Konflikte zwischen ethnischen Gruppen eskalieren. Das sind alles Dinge, da muss man ins Detail gehen, da muss man wahrscheinlich auch Stränge walten lassen und das ist etwas, dazu kann sich die Gesamtpartei so nicht durchringen. Da gibt es keine einheitliche Linie. Und dasselbe ist in Wahrheit ja auch mit dem Thema Vermögenssteuer. Das ist etwas, das ist ein Kernthema des Babler Wahlkampfes, aber es ist keineswegs so, dass alle Teile der SPÖ mit diesem Kurs in Wahrheit einverstanden sind. Klingt so, als wäre der Richtungsstreit in der SPÖ noch nicht geschlichtet. Ein Vorwurf, den man immer wieder bei diesen Streitereien hört, ist, dass es zu viele große Egos in der SPÖ gibt, die um die Macht ringen. Aber selbst wenn man jetzt Rudi Fussi ein großes Ego unterstellt, dann klingt es nicht so, als wäre es besonders realistisch, dass er Babler bald ersetzen könnte. Was sagst du denn zu den aktuellen Gerüchten, wonach Fussi gar nicht vorhat, tatsächlich an die Spitze der SPÖ zu rücken, sondern dass er eigentlich das Feld eröffnen möchte für jemanden, der es besser kann als er und vor allem besser kann als Babler? In der SPÖ gibt es derzeit sehr, sehr viele Gerüchte und man erinnert sich eben an die Kandidatur von Andreas Babler. Es war ja so, dass in Wahrheit einer seiner engsten ökonomischen Berater, nämlich Nikolaus Kowal, eigentlich derjenige war, der vorgeprescht ist und gesagt hat, ich kandidiere gegen Pamela Rendi-Wagner. Daraufhin hat jeder darüber berichtet, aha, es gibt den ersten Kandidaten, der gegen Rendi-Wagner aufsteht, da tut sich was in der SPÖ. Und irgendwann ist dann Andreas Babler selbst vor den Vorhang getreten, hat sich deklariert, hat gesagt, ich kandidiere auch. Daraufhin ist Nikolaus Kowal zurückgetreten. Und es gibt jetzt momentan das Gerücht, es könnte ja wieder so sein. Es könnte in Wahrheit eine andere Persönlichkeit dahinterstehen, jemand, der auch gut den Bundeskanzler geben könnte, der viel ministrabler ist und nachdem sich die Partei vielleicht zurücksehnen könnte. Und da fällt immer wieder der Name Christian Kern. Christian Kern hat Kanzlererfahrung, er hat Regierungserfahrung, er kennt die Partei in- und auswendig. Christian Kern selbst weiß das von sich und sagt, er will dazu überhaupt nichts sagen. Er will auch, soweit ich weiß, Rudi Fussi davon abgeraten haben, das zu machen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Gerüchte um ihn. Und das heißt auch, dass er durchaus inhaltlich interessiert wäre, an so einer schwierigen Regierungskoalition wie einer Dreierkoalition mit ÖVP und NEOS teilzunehmen. Also das steht irgendwie dahinter. Rudi Fussi wie Christian Kern haben ein sehr gutes Verhältnis zu Hans-Peter Toskozil im Burgenland, der ja am Freitag seinen Parteitag hat. Es heißt auch, dass Christian Kern dort eine Rede halten wird. Also kein Wunder, dass in der Partei die Gerüchteküche kocht. Was wirklich dahinter steckt, ist ja die Frage. Also es will niemand offiziell nach vorne treten, außer Rudi Fussi und etwas zu diesem Thema sagen. Dürfen wir gespannt sein, ob nach Rudi Fussi noch jemand anderer folgt. Die SPÖ hat ja bei der Wahl schlecht abgeschnitten, ist nur auf dem dritten Platz gelandet, hat es aber trotzdem nicht so schlechte Chancen, in der Regierung zu landen über eine Koalition. Wie sinnvoll oder schädlich ist es zu diesem Zeitpunkt, dass es jetzt einen neuen Führungsstreit in der SPÖ gibt? Also jeder und jeder, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, auf gut wienerisch, das brauchen wir so dringend wie einen Kropf. Das ist für viele gar nicht denkbar, dass man jetzt eine Führungsdebatte vom Zaun bricht. Ganz im Gegenteil. Also man hofft, dass jetzt endlich so etwas wie eine Geschlossenheit vorantritt. Und man hat hier ein gemeinsames Interesse fast aller Landesvorsitzenden und der Gewerkschaften, die ein mächtiger Faktor in der SPÖ sind, die wollen, dass die SPÖ mitregiert, dass diese harten Jahre auf der Oppositionsbank endlich ein Ende haben und dass man mit dabei ist. Und dafür hat man sehr, sehr rasch ein Verhandlungsteam gegründet. Da sitzen Gewerkschafter drinnen, da sitzt für Wien zum Beispiel Doris Bures drinnen. Und das ist ein Team, das eng um Andreas Babler kreist. Und da versucht man irgendwie eine Stabilität hineinzubringen und auch zu versuchen, dass gewisse Themen jetzt keine Stolpersteine werden, wie zum Beispiel die Vermögenssteuer, dass man hier einen gangbaren Weg findet, wie man sich einigen kann. Also nach meinem Dafürhalten hält sich das Glück über Rudi Fussis Vorpreschen eher in Grenzen. Was könnte denn ein anderer SPÖ-Chef oder auch Babler, der sich vielleicht neu orientiert in diesen Koalitionsverhandlungen, besser machen als bisher? Ich glaube, in der SPÖ herrscht eine unstillbare Sehnsucht nach einem wiederbelebten Bruno Kreisky. Also einer Persönlichkeit wie er, der einerseits einer ist, der sehr gut in alle Richtungen verbindet, der in der Mitte der Gesellschaft steht, der sowohl mit den Wirtschaftstreibenden gut konnte, als auch mit den Arbeitern, der immer gesagt hat, Vollbeschäftigung ist sein oberstes Ziel. Dieser Mensch, der auch gleichzeitig sehr gescheit ist und eine Vision entwickeln kann, wie dieses Land weitergehen soll. Und in Wahrheit sucht man immer und immer und immer nach einer Persönlichkeit, die man an Bruno Kreisky messen kann. Also zumindest mir kommt es so vor. Immer sucht, glaube ich, diese Partei nach dem starken Mann, der alles richtet, der sowohl in der Mitte steht, als auch die Linken befriedigt, der die Pensionisten beruhigt, der aber auch die Jungen gut anspricht. Und das ist eigentlich etwas, was wahnsinnig schwierig ist. Also das ist fast die eierlegende Wollmilchsau, wie man zu sagen pflegt. Und dazu kommt, dass die sozialdemokratischen Parteien auch in anderen Ländern ein sehr, sehr großes Problem haben. Sie sprechen oft die richtigen Themen an, werden ständig überholt an den Wahlurnen von den rechten, rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien, die die Dinge besser auf den Punkt bringen, die die Unzufriedenheit schüren. Und die Sozialdemokratie steht irgendwie so ein bisschen hilflos daneben. Das ist auch ein Problem für die Volksparteien. Aber man sieht es, finde ich, bei der SPÖ auch wirklich sehr gut, weil in den vergangenen Jahrzehnten ist ein Großteil der ArbeiterInnen schafft tatsächlich zum Elektrorat der FPÖ geworden. Und darauf hat die Partei nicht wirklich eine Antwort. Wie sehr, glaubst du, kommt denn dieses neuerliche Chaos in der SPÖ, in diesen kritischen Zeiten, wo es eigentlich darum geht, die nächste Regierungskoalition zu bilden, Wie sehr kommt es den anderen Parteien entgegen, dass die SPÖ streitet? Oder kommt es ihnen gar nicht entgegen? Ich denke, für ÖVP und NEOS ist das jetzt gar nicht so unbequem, weil da kann man vielleicht auch ein bisschen inhaltlich Land gewinnen und sagen, liebe SPÖ, ihr solltet euch eure Forderungen vielleicht nochmal überlegen. Vor allem die Sache mit der Vermögenssteuer, nehme ich an, wird ein hartes Thema sein. Vielleicht wollte doch lieber mit Babler in eine Regierung kommen. Oder wir warten ab, wie der Führungsstreit in der SPÖ ausgeht und orientieren uns womöglich anders. Also das hat so ein bisschen ein Potenzial, die SPÖ auch inhaltlich unter Druck zu setzen. Also gut, für die Sozialdemokraten ist das jetzt gerade nicht. Was denkst du denn, wie Andreas Babler darauf reagieren wird? Wie wird es weitergehen in diesem Führungsstreit? Also wenn es dahin köchelt, so wie es jetzt dahin köchelt, denke ich, kann er es noch ignorieren und gar nicht darauf eingehen. Das werden ihm seine Berater wahrscheinlich auch sagen, dass er das tun soll. Gefährlich wird es dann, wenn auf den Zug andere aufspringen. Wenn etwa seine ewigen Kritiker, zum Beispiel eben Doskozil oder Dornau in Tirol, wenn da jemand sich äußert, etwas sagt. Das kann ihn tatsächlich sehr beschädigen, innerparteilich. Und da müsste halt dann jemand anderer, ein mächtiger Landesparteivorsitzender oder Gewerkschafter, müsste dann vor den Vorhang treten und sagen, so jetzt ist aber Ruhe. Das würde dann Babler wiederum schwächen, wenn er jemanden hätte, der dann statt ihm quasi für Ruhe sorgt. Also ich denke, wenn alle tatsächlich sich an das halten, was sie gesagt haben, nämlich, dass sie die Ruhe bewahren und versuchen, dass die SPÖ in die Regierung kommt, dann werden sie jetzt schweigen und dann kann auch Andreas Babler schweigen. Vielen Dank, Petra Ströber, für diese Einblicke. Sehr gerne. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da schauen wir uns unter anderem an, wie es nach der Nationalratswahl mit den Koalitionsverhandlungen weitergehen könnte. Wenn Sie unsere Arbeit hier bei Thema des Tages unterstützen wollen, dann machen Sie es am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abopunktderstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch die weitere Vorgehensweise nach der Nationalratswahl erklärt. Bisher war es so, dass der Bundespräsident dem Chef der Stimmenstärksten Partei den Auftrag zu einer Regierungsbildung erteilt. Das ist diesmal nicht der Fall, denn der Wahlsieger, die FPÖ, will zwar mit ihrem Parteichef Herbert Kickl als Kanzler regieren, aber keine der anderen Parteien will eine Koalition mit Kickls FPÖ eingehen. Van der Bellen will jetzt Klarheit haben, ob es alle Parteien wirklich ernst meinen. Er bittet daher, die Chefs der Stimmenstärksten Partei noch einmal Gespräche miteinander zu führen, ob sie tatsächlich nicht miteinander regieren können. Zweitens. In den USA schauen derzeit alle nach Florida. Denn auf die dortige Westküste steuert der Hurricane Milton weiter zu und nimmt immer mehr an Fahrt auf. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde gilt der Hurricane als einer der gefährlichsten in der Geschichte des Bundesstaates. Millionen Menschen wurden deshalb zur Evakuierung aufgefordert. Präsident Joe Biden und die Behörden warnen vor lebensbedrohlichen Risiken. Erschwert wird die Flucht durch Staus und Treibstoffengpässe. Dabei verwüstete erst vor zwei Wochen ein anderer Hurricane Teile des Südostens der USA und forderte über 230 Todesopfer. Hurricane Milton könnte nochmals deutlich destruktiver werden, da die Böden durch die vorangegangenen Regenfälle noch aufgesaugt sind. Zudem drohen die Trümmer bereits zerstörter Gebäude im Sturm zu geschossen zu werden. Experten weisen darauf hin, dass die enormen Kräfte des Sturms eine direkte Folge des Klimawandels sind. Hurricanes werden durch wärmeres Meerwasser stärker, weil sie ihre Energie aus der Verdunstung von warmen Wasser ziehen. Und drittens, der Chemie-Nobelpreis 2024 geht an David Baker, John Jumper und Demis Heserbis für ihre Forschung zur Vorhersage von 3D-Proteinstrukturen mittels künstlicher Intelligenz. Die Forschung hat zahlreiche praktische Anwendungsfelder. Durch das präzise Design von Proteinen können zum Beispiel effizientere Medikamente gegen Krebs oder Viren entwickelt werden. Die Vorhersage von Proteinstrukturen hilft wiederum, Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und Therapieansätze für Krankheiten wie Alzheimer, Krebs oder Malaria zu finden. Auch können Forscher neue Wege finden, um Antibiotika-Resistenzen zu bekämpfen, indem sie Enzyme und Proteine entwickeln, die resistente Bakterien angreifen. Und nicht nur das, Designer-Proteine könnten in der Herstellung von umweltfreundlichen Materialien oder in der Abfallverwertung verwendet werden. Mehr dazu und alles Weitere zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.at.at Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass uns noch mehr Menschen hören, dann erzählen Sie gerne auch Ihren Freunden von uns oder hinterlassen Sie eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Schold Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.